Hallo alle zusammen und weiter geht's mit dem nächsten boss ist auf jeden fall pflanze wir gehen hier wieder mit feuer dran und ja los geht's ein bisschen ja ziehen ich kann gar nicht ausreichen der scheint böse zu sein oh der trifft mich wo ist denn der Kopf hier ja aha 1 oh ja nee oh ich bin nicht aufgepust ich bin nicht ab und zu gut ab und zu nicht ja wir machen 40 Schaden bei ihm zu spät so 215 sagen wir hätten den jetzt noch ein paar mal näher sollte ich da jetzt nicht dran gehen ich würde sagen wir probieren es erst mit einer gelben Sphäre ja machen wir doch lieber die rote 29 rote Sphären habe ich ich hoffe dass das für ihn reicht ja 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 da 46 leben okay 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 der ist schon aufgegeben ich habe sogar eine Erbung geschafft bekommen so und wo ist er da ist er gut ja ja lasst uns mal schauen was der Herr Gute hier kann mal nichts besonderes was können wir schleppen holz oh transport 4 hm kann man machen kann man machen okay ich danke euch fürs Zuschauen tschau tschau bis zum nächsten Mal